Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Digimon World. In der letzten Folge haben wir eigentlich nicht viel gemacht, wir haben ein bisschen gekämpft. Und nun gucken wir erstmal die Statuswerte von unserem Guten hier an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollen. Aber wir machen es einfach. Funkel, funkel, funkel. Und Attacke. Fragzeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Und nochmal. The Flower. I'm a flower. Du bist keine Blume. Du bist Palmon. Na gut, du bist eigentlich keine Blume, aber du bist Palmon. Das fängt aber schon gut an, ne? Ah Mist, das wollte ich doch gar nicht. Ah. Das wollte ich doch. Ach komm, das schaffen wir. Trimogelmon, Trimogelmon. Auch wenn du vergiftet bist, du schaffst es. Aua. Los Trimogelmon. Ein kleines Dickerchen. Äh, ich meine natürlich, du schlankes Etwas. Gott sei Dank kann man nicht dreifach, vierfach, fünffach vergiftet werden. Das wäre ein bisschen schade ab jetzt. Trimogelmon, los! Trimogelmon, los! Yay! Trimogelmon, los! Trimogelmon, los! Oh, ja! Ja, ba! Ja, ba! Ich finde das so witzig, was der Film Geräusch macht. Oh, irgendwas... ...drucktes, das Palmon. Brainship. Ja, das gebräuchte ich auch manchmal, glaube ich. Ich hasse kämpfen. Nur. Komm in die Stadt. Das ist friedlich. Die Stadt? Ey, hört sich nach Spaß an. Ich bin Palmon. Äh. You'll find me useful. Na, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Plop, 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 plop. Yay! Palmon joins the city! Und unser Dickerchen hat wieder Hunger. Hier ein bisschen Miet. Ham, nam, nam. Oh, 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 oh. Hunger und Toilette braucht er gerade. Hunger. Er hat Hunger und muss auf Toilette. Aber Gott sei Dank sind wir gerade neben einer Toilette. Das wäre so ein bisschen schadhaft gewesen. Yay! Hast du immer noch Hunger? Ach. Bitteschön. Immer noch? Ach, dummer schön. Da. Immer noch? Nur verarscht mich jetzt, oder? Ja, geht doch. Mein Gott, bist du laut. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mit ihm in den Drill Tunnel. Tunnel, 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 natürlich Tunnel, mit T-A-N-N-I-L, Tunnel. Nö, gegen dich wollen wir nicht kämpfen. Ich möchte jetzt erst mal Erde schleppen. Ah ne, ich muss ja erst mal den anderen Typen damit sehen, glaube ich, oder? Den anderen Drill Mokemon. Oder geht das jetzt hier auch schon? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hi. Das ist kein Platz für Amateure. Geh weg. Nein, bleib weg. Das ist zu gefährlich. Ich will aber. Ja, okay, dann müssen wir jetzt kämpfen. Wie fit bist du denn noch? Ja, relativ, ne? Kommt. Du warst. Ja, dann gebe ich dir die gleich beim Kampf. Wir probieren es einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann, ähm, klappt es halt nicht. Gute Aussage, ne? Da wälzt er sich schon rum. In der Küche. Es ist heiß. Was ist los? Es ist zu heiß. Ich kann einfach nicht mehr, so. Deswegen muss man jetzt kämpfen. Das ist der logische Kampf hier ever. Aber okay. Mein Drill Mokemon kriegt erst mal, nein, keine NT, sondern eine Small Recovery, weil er die ja eben gerade nicht nehmen wollte. Go, go, go. Komm, komm, komm. Los, los, los. Drill Mokemon. Also mein Drill Mokemon, nicht das andere. Au. Ha, ha, ha. Los. Los, los, los. Und nochmal. Und nochmal. Autsch. Aber meinst du definitiv stärker, würde ich sagen. Komm, 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 komm. Yay. Zwei Kämpfe hintereinander gewonnen. Ja. Megaton Punch. Habe ich gelernt. Ist doch schon mal sehr gut. Ich bin verrückt geworden, weil es zu heiß ist. Oder wegen der Hitze. Wie cool, man. Ich bin mal wie dick. Also je tiefer wir, je mehr wir graben, desto heißer wird es. Der Tunnel ist ein Vulkan. Wer ist denn ein Vulkan? Blablabla. Ja. Und feiern, und heiß, und... Jetzt laden wir ihn natürlich wieder ein, in die Stadt zu kommen. Ach, Quatsch. Wir laden ihn noch nicht ein, in die Stadt zu kommen. Na, komm. Rimogomon. Lässt du wohl, Rimogomon durch. Da, lässt du... Hallo? Muss ich ihn halt... Ah. Na, natürlich. Jetzt geht's. Wenn das aus dem Bild ist, dann... ...fluckt er da einfach mal drüber. Wir schauen uns mal ein bisschen hier im Tunnel um. Mal gucken. Da finden wir ja noch was Intressantes. Stammt, 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 stammt. Hier ist noch einer. Hallo? Heute graben wir. Morgen werden wir graben. Das macht so viel Spaß. Ich denke, dass wir noch eine Zeit ansprechen. Geh irgendwo hin. In der Zwischenzeit. Hm. Ja, ähm. Das hier ist der nette Tunnel. Und wir gehen jetzt mal zu dem... ...Drimogomon, was uns einmal weggeschickt hat. Voilà. So. Bom, bom, bom. Und in der nächsten Folge werden wir dann diesen netten, kleinen Schutthaufen abräumen. Und bis dahin, danke für's Zuschauen und tschüss.